Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Do-Yourself-Inspiration Kids Club. Mimi hat ja in letzter Zeit einiges für uns gemalt und jetzt hat sie heute wieder ein wunderschönes Bild gemalt, ein Reh. Inspiriert von einem Snapchat-Filter, also es ist eigentlich ein Mädchen in einem Reh-Kostüm. Ich finde das so schön und jetzt seht ihr, wie Mimi das gemalt hat. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.